so wie viel kohle haben wir denn jetzt eigentlich 400.000 ich überlege gerade wir wollten jetzt noch mal in den dungeon wir wollten jetzt anfangen mit den wüsten dann sagen wir mal tagsüber brauche ich gar nichts mehr zu verkaufen oder ja hier habe ich noch ein speer hier habe ich noch derbe handschuhe felsen großschwert kaputtes katania und ein trainings code schwert aber leider kein bogen ich würde ganz gerne tatsächlich einen bogen haben wollen den würde ich gerne mal ausprobieren lesen könnte bilden also bilden wir uns ein das können einige ganz schön krass sich sachen einbilden mal da brauchen wir ja nur diese reihe reste stahl oder eisen und ein bisschen holz aus was wird denn dann die sehne gemacht aus dem holz wird warte mal kohle hätte ich ja oder er hätte das holz er hätte auch natürlich erst mal wieder gucken dann bräuchte gar nicht rein rein in den dann kann ich mir das gleich so kaufen ist das denn das war ein bisschen teuer wahrscheinlich 4 6 und 10 6 wo er gar nicht in den dungeon reingehen wie geil ist das denn aber ich glaube ich gehe eher auf den drückt man die falsche taste die taste würde ich haben ok jetzt aber schon mal den buchen als nächstes brauche ich ein instecker und fünf barren ja so wenigstens nicht in den dungeon weißt du blöd kohle habe ich ja so drei holz zwei knollen das wird teuer drei holz zwei knollen 256.000 kostet denn genauso wie der ok ich habe 15 heiltränke mit mal gucken ob die reichen kann ja auch daraus ne ich habe jetzt den stun block mit gucken wie häufig das triggert münchen meint das triggert ziemlich häufig ich bin ja mal gespannt das erste bei diesem pad mitnehme und das erst ab dem dritten dann schon achten den kriegt man die dinge oder mal der hilft mit und nehmen wir erst mal mit ja ne du hast nicht zu viel versprochen aber ich kann schon verstehen warum es darüber kein tutorial gibt oder sowas das ist ziemlich mächtig sehr sehr mächtig so wie es aussieht das ist ja richtig krass was was lassen die nirgendwo ein kleine dragon boards dass man so den marktreise erstmal rauskriegen aber wir wissen ja schon von den anderen zwei dass die sachen die notizen oder schriftrollen oder bücher am meisten am teuersten sind ok was ist das denn flüssigkeitskondensator ich habe sachen schon gefunden zum kräften nein es ist nur noch die kohle dafür das zeug dort ist heftig weil das von den preisen her das wird immer mehr deutlich mehr das ist normal dass man keinen schaden die preisen heftig was das hier wir sehen wir hier bei destiny oder was das billigste magischer kern brennender staub ist so das billigste magischer kern warte doch magischer kern und dann irgendwie steine oder was genau gehen wir mal den magischen kern weg ich meine ich vergesse mal ich war noch gar nicht drinnen vergessen wir mich nur mal ins wasser reinzulegen und das so gut ist also voll alles upgrade hast du so schwierig ja vielleicht liegt es aber auch am bogen oder ist ja doch eine andere waffe also nicht schlecht wem schickt man unsere sachen nach hause 350 hat die zusammen etwas anderes andere rüstungen ich habe auch Stoff wenn man das Stoff nennen kann ich habe das Zeug was halt Bewegungsgeschwindigkeit gibt was der hat mich ja nicht mal angegriffen was war das denn das wird immer noch in der 2 ganz neuer biet also mein blog los warum bin ich mir jetzt immerhin eine kiste schon mal nach hause schick das kann man mir nicht mehr weg nehmen man mit sich auf das es was war das aus dem sandhaufen in irgendeine zeit bekommen ein glas brennender staub war ganz weit unten mit magischem kern mit magischem kern hat man das zeug nach oben was ich auf jeden fall behalten möchte falls ich mal wieder drauf gehen sollte ich glaube ich habe gerade einen kritischen doppelt was das denn löteisen okay kann ich den flug weg nehmen damit könnte ich die beiden stapeln wie hoch ist denn das zeug das ist blitz von blüsten nicht wirklich brennender staub ist doch 25 fünfundzwanzig so dann wie gesagt da gehen wir die beiden stapeln okay 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 ich nehme vorsicht zur antrag sichern sich ich weiß ich weiß ja nicht es sieht schon so komisch aus hier drin aber das sei muss ich glaube ich mitnehmen ich habe hier alles andere mitgenommen und nicht dass ich habe heute das ist der das ist das ist das ist was ich mache okay ok so das ist okay ich mache das das ist der ein riesen doppel kill fluch die wenigsten starben haben wir irgendwo noch brennender staub? ne aber wir haben bitte hier kaltlava ok tauschen wir mal ein trank habe ich bekommen ja es kommt auf diese rüstung an dieser schild dieser extra schild hier drüben da kann ich gerade leicht rauf gucken aber ich habe jetzt auch nur 300 leben 45 rüstung und 195 geschwindigkeit ich schätze mal du brauchst mehr schild also mehr filmung ich bräuchte wahrscheinlich eher sowas wie 60 oder 70 punkte in der verteidigung ich glaube ich würde aber auch auf die normale wechseln wollen stoff ist zwar cool aber bei der normalen hast du zwar kein minus was jetzt so die geschwindigkeit angeht aber es kann sein dass du dadurch mehr 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 hp oder sowas bekommst du dann in der rüstung wie soll ich denn hier runter kommen wie kommt man denn hier runter? weißt du warum ich frage? guck mal da ins loch rein jetzt da hat es gerade geleuchtet da ist da unten ist irgendwas aber ich komme da gar nicht rein ja wie geil wenn man gar nicht rein kommt ey oh du kleiner was? geh weg geh weg mann verpiss ich was ist das hier alles für zeug alter 18.000 ja komm was sonst bevor hier so ein mehr weghau da geht den licht auf da geht den licht auf ja das hier würde ich dann auch nehmen wollen ja vor allem hat ja auch mehr hp ne allein nur der kopf hat ja schon 40 punkte mehr und die rüstung hat auch nochmal 40 punkte und zur schweren rüstung hast du sogar nochmal 40 punkte außer die schuhe die haben 20 punkte mehr denke ich mal auch ja 340 380 ne 400 kommste Stoffrüstung ist 300, normale Rüstung ist 400 und die ganz schwere Rüstung ist 500 Der kleine Block hier hinten, der ist dann für mich die Leute Ich habe mir Männchen letztens erst gesagt, dass man hier noch so kleine Tierchen mitnehmen kann Die hat man wohl schon von Anfang an, zumindest manche von denen, aber ich habe die mitgenommen, weil ich nicht wusste, dass man die mitnehmen kann Stahl Eisenstiefel Ein bisschen Geld habe ich ja noch, ne? 6 Eisen, 14 Zahnsteine, 3 Gießereireste 6 Eisenstäbe 6, 14, 3 5, 4, 4, 5, 5, 4, 6, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9 und 10, 9 und 10, 10 ist 10, 10, 12, 11, 10, 11, 11, 12, 13, 12, 13, 12, 11, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 22, 13, 14, 16, 15, 12, 14, 15, 23, 15, 12, 16, 13, 13, Sith, 14, 13, 14, 14, 14 auf 22 – 15, 15 was war nur mal drei ich dachte man ist halt deutlich schneller also deutlich schneller das kannst du ja vergessen so viel schneller bis in ordnung den Giftblock, ne meine Waffe vergiftet schon von daher so lange wie ich sie jetzt nicht upgrade ja klar Eisenrüstung noch mal 6, noch mal 14, noch mal 3, noch mal 6, noch mal 4, noch mal 3 6, 7, 18 ok ok Hmm. Okay. Eisenhelm. Eisenhorstel. Alles klar. So. Vier Blätter. Zwei mal Ingwer. 4, 2. 4, 2. Okay. 4, 2, 4, 2. 4, 2. Warte mal, war richtig, oder? Für Eisen? Warum eigentlich Blätter für Eisen? Eisenhelm, zwei Blätter. Eisenrüstung, Blätter. Eisenstiefel, Blätter. 4, 2, okay. HIDELFELJ 16. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, Eisenstiefel Eisenhelm, könnte ich auch gleich machen, Fick wieder die Kohle, den da her. Ähm... Alter, guck mal wie ich aussehe, wo der Bär ist. Wie ein Dieb. Ah, Mann. Ich fühle mich schon wie ein Dieb. Räume ausrauben, taschentoter Feinde durchsuchen. Ach, ist das so, ja? Ja? Hahaha. Ach, 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 ach. Ach, 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 ach... Das war's für heute. ich sollte doch 40 hp mehr kriegen pro rüstung oder nicht warum habe ich jetzt nur 360 statt 400 so ich hatte stoff bandana ach nee ich hatte das hier 60 zu 20 punkte ok hier sind 40 punkte aha ok 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 jetzt verstehe ich jetzt verstehe ich also wenn ich das ding upgrade her kriege ich 80 hp mehr die bringt nicht mehr sondern das bringt ihr diese rüstung hp da oben steht so es gibt mir gar keine rüstung im moment vorher hatte ich 45 punkte rüstung guck mal wie viel ich habe jetzt 10 ich habe 35 punkte verloren müsste das hier machen hier kriege ich 15 punkte hier kriege ich 20 punkte hier kriege ich 5 komme ich immerhin noch 40 punkte wieder auf 45 ist genau dasselbe wie bei dem stoff auch ja nur dass ich mehr hp habe als beim stoff 96.000 würde ich das investieren eigentlich nicht dafür bräuchte ich das und hier bin ich auch schon komplett fertig hier fehlt mir die kohle ja ich meine das mit dem kleidungsstil spiel nicht 160 hp mehr gibt sondern allgemein 160 hp ja ich hatte nur geguckt inwiefern ich halt aufsteige ich habe gedacht so ja ich habe jetzt so 120 und dann kriege ich 160 das war aber nicht der fall ich hatte nur 60 und bin dann auf 80 hochgegangen ich habe halt bei der falschen seite geguckt ich hätte hier gucken müssen in dieser mittelreihe als statt hier drüben bei denen weißt du ich habe mich einfach nur in der falschen seite gehört so zu sagen deswegen habe ich halt auch immer so komische zahlen kriegen wir auch 80 hp mehr wir kriegen wir 40 hp mehr ich glaube ich gehe erstmal auf rüstung so jetzt habe ich 456 hp komische zahl 156 komische zahl 156 brauche ich noch etwas von dem zeug nicht brauche ich gar nicht vorhin hätte ich ein paar knallen gebraucht aber jetzt nicht mehr ach hier guck mal ein anderes feuergelee ist ja was ganz anderes jetzt kann ich das ja verkaufen ich will übrigens mal was ausprobieren das wirklich nicht geht indem man den mpc das geld aus der tasche ziehen können wir so leise was denn hier los also das brauche ich das brauche ich das sind ja noch mal drüber und das ich will nämlich was probieren beim letzten mal hatte ich das ja auch schon mal probiert gehabt jetzt brauche ich ja die seite warte mal kurz wo haben wir denn die seite da ist wo sind das jetzt wüste ne ok wüste was haben wir denn hier schönes wüsten stahl schlicht 2000 die mann mit scherz und sicher nicht mehr als reinstellen weil das mitnehmen so was ist das hier feuerfester stoff feuerfester stoff für 1265 so ich will das mal ausprobieren so was ist das resistentes glas 4730 also menge holz brauche ich aber ich habe das doch mal dass ich angeklickt ja für die stoffrüstung brauche ich das aber nicht für eisen also weg damit und welcher brauche die wir fahren das feuerfester war für stoff also für stoffrüstung hier kommt das teuer das kann demnächst und keiner klauen ich war mir nicht so sicher ich hatte schon mal versucht die 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 typen hier zu bescheiden die kunden zu bescheiden ich werde mal probieren ob das nicht doch noch geht ich biete das mal von gold an gucken ob das dann schneller gekauft wird was ist das denn brennender staub 440 ok werden wir alles probieren das habe ich auch noch nicht was das denn kalt lava 2050 ist schlecht entflammbare flüssigkeiten habe ich nicht nicht das ich weiß Was ist das? Oh ja. Mehr davon. Oh, habe ich da nur so einen Einzelnen? Stoff-Färbemittel. Stoff-Färbemittel. Willkommen zurück. Was zum Geier ist das? Wüstenstein. Wüstenstein. Neunhundertsiebzig. Auch eine komische Zahl, oder? Anfall. Wüstenstein. Okay. sie doch irgendwie verarschen können oder steht immer noch ein gold drin aber der gegenstand ist nicht mehr da okay funktioniert höchsten strick 495 was das flüssigkeitskondensator und das ist löteisen mal jemand weiß dass hier magisches werkzeug kann ich magisch aus aber immerhin 7150 7150 der ober braucht so ein rohr damit den abfluss reparieren oder was vorken die zeit bleibt mir dann noch vorbei Oh, ey, ne? sind solche lebe ich hab noch nie verkauft gibt gelee sind gibt ja 22 ich hab will ich ich Okay. also da mit der rechten seite los warum kauft die keine da unten 17.000 655 muss ja wohl noch auf der schaden rechte seite um die rechte seite als andere links sagt oder die omi kauftet probleme die omi kauftet kein problem die oma hat zastei ohne ende aber ich würde sagen die einzuladen ist leer gekauft so was haben wir hier schönes überlegen ob ich nicht vielleicht doch die härtere rüstung nehme weil ich keine trotzdem ausweichen will ich vielleicht ein bisschen langsamer vom laufen her oder so aber ich kann so viel einstecken so ein bisschen wie dark souls weißt du sehr hektisch denke geschwindigkeit ist zum vorteil ja muss man halt gucken dann ja mir fehlt noch sand und sand eigentlich nur noch sand oh geil hier kann ich gleich mal fünf stück herstellen aber mehr 20 rüstung kriegst du aber auch nicht mehr also weil ich auf jeden fall brauche schon mehr upgrade kristalle ja mal weniger ich nehme mal drei stecks mit so ich guck mal ob alles markiert ist was ich haben will ach das kann ich sogar schon kaufen jetzt mal gift und ich habe mal feuer alles kommen ich nehme mal feuer was soll der geiz feuer in einem feuer dungeon warum nicht ich nehme mal